Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt, hab versucht, mich aufzufangen und bin mit dem rechten Knie dann aufgekommen und dann waren die Bänder im Meniskus kaputt. Ja, dann kam dann irgendwann der BEMA in das Spiel und ich benutze eigentlich sehr oft diesen Spott, speziell dann hier auf diesen Punkt und seitdem habe ich, muss ich sagen, keine Probleme mehr. Wir nutzen beide heute regelmäßig den BEMA. Es gibt keinen Tag, wo der nicht in Betrieb ist. Auf Wiedersehen.